Also dann machen wir 4, 4, 4 und dann die gegeneinander, ähm, ähm, und dann die gegeneinander, die, äh, die meisten stimmen, die nicht gewonnen haben. Ich glaube, das ist so, das ist eine gute Idee. Okay, ähm, dann braucht ihr nochmal die Namen, ne? Dann müssen wir einmal alle Namen aufschreiben. Ähm, wir haben einmal, wir nehmen einfach immer den Namen da oben, das ist, glaube ich, am einfachsten. Ähm, soll ich das kurz reintippen in den, in den Chat? Oder kann das jemand von den Monstern machen? Warte mal. Ähm, es, ich, ich, Estrada. Ich tippe die alle mal auf und dann könnt ihr schon mal die Abstimmung vorbereiten. Estrada, ähm, Baker, ach, jetzt muss ich immer zwischen den Mäusen wechseln. Baker, Fisch, perfekt, ähm, Schneider, dann können wir immer die Punkte dazu schreiben gleich. Also ich kann das gleich machen. Ähm, Speich. Und ich zeige euch dann gleich nochmal die ersten, ähm, die, die erste Abstimmung. Wir machen jetzt mehrere, Bauer, wir machen jetzt mehrere Abstimmungen gegeneinander. Ähm, Bräuer, ähm, Bräuer, ähm, Rollinski, Rollinski. Und das müsste Obnap sein. Und Obnap. Okay, cool. Warte mal, ich lösche mal kurz eure zwei Kommentare da schnell zwischendurch raus, damit das hier eine schöne Reihe ist. Yes. Und das hier auch. So, schön. Perfekt. Okay, genau. Wer soll antreten? Das ist jetzt die erste Reihe. Das müssen ... Warte mal, ich muss das kurz aufmachen. Das sind Estrada, Baker, Fisch und Schneider gegeneinander. Ihr könnt abstimmen zwischen den ersten vier Kandidaten. Wir hatten hier Estrada, nur noch mal zur Wiederholung, Baker, ähm, Fisch und Schneider. Das sind unsere ersten vier Kandidaten. Da könnt ihr abstimmen. Oh, ich seh schon. Hier. Schneider hat richtig viel Punkte. Schneider, ähm, reißt hier richtig einen raus. Ähm, ich schreib dann gleich mal noch die Punkte daneben von allen. Ähm, die letzten Sekunden laufen für die Abstimmung. Für Bauersucht, Traum, Mensch. Ähm, jetzt könnt ihr doch abstimmen. Jetzt könnt ihr abstimmen. Ähm, am Ende sammeln wir die mit den meisten Punkten, die nicht gewählt wurden und lassen die noch mal gegeneinander antreten, dass wir am Ende fünf Kandidaten haben. So läuft das hier. So läuft das. Sehr gut. Ich seh schon. Ich seh schon. Okay. Zwei. Okay, warte mal. Ich schreib die Punkte dazu. Ähm, Fisch hatte hatte sechs. Äh, Baker ist leider drei. Zwei. Okay, ihr könnt ein anderes, nächstes Ding machen. Drei und zwei. So, dann gehen wir in die nächste Runde. Ähm, die nächste Runde besteht aus ähm, Familie Speich, inklusive der Kinder und der Katzen. Ähm, ah ja, ich schreibe es immer direkt dazu, oder? Dann haben wir direkt die Namen mit den, mit den Dingern zusammen. Ähm, genau, Familie Speich, dann haben wir hier unsere Fee, die anscheinend wirklich eine Fee ist. Ähm, wir haben die Alexa Bauer, die Schrift, war das die Schriftstellerin? Ähm, nee, das war, das war hier unsere, unsere Naturliebhaberin, ähm, die auch gerne einen eigenen Garten hätte. Und wir haben hier Bahati, die noch, äh, ein wenig an der Großstadt hängt. So, nächste Abstimmung oben im Chat. Wer, wer die Abstimmung nicht sieht, muss einfach einmal den Stream aktualisieren und dann seid ihr wieder, dann sollte da die Abstimmung, ähm, laufen. Äh, zweite Runde zwischen Familie Speich, der kleinen Fee, die Alexa Bauer und, ähm, Bahati. Ihr könnt jetzt abstimmen. Jetzt könnt ihr abstimmen für eine weitere Kandidatin, ähm, die mit dabei. Ich sehe schon, Familie Speich ist hier schon ganz vorne mit dabei, aber auch Bahati heimst hier viele Punkte ab, die, ähm, Leute mit vielen Punkten, ähm, ne, wir machen dann nochmal eine Abstimmung zwischen den Leuten mit den vielen Punkten, weil wir fünf Kandidatinnen oder Kandidierende brauchen, ähm, die hier mit dabei sind. Ähm, ich sehe schon, Familie Speich kriegt ja viele Punkte. Hier hatten wir, das ist nochmal zum Sehen, Familie Speich mit den vielen, vielen Kindern. Wir haben hier die kleine Fee, die mit am, am Start ist. Wir haben hier nochmal die Alexa Bauer mit am Start, mit dem süßen Smile und wir haben hier nochmal Bahati, die vielleicht auch nochmal ein Stück Großstadtleben mit in die ganze Geschichte reinbringt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wer, wer, wer hier um das Herz mit Elki kämpfen wird. Äh, Familie Speich mit dabei, die kleine Fee oder Alexa Bauer oder natürlich hier Frau Bahati. Mal gucken, gerade, make the Schnuddeldud famous. Schnuddeldud ist doch, also Schnuddeldud ist eines der geilsten Wörter. Ich habe heute kein Schnuddeldud, aber ich möchte das bitte in Zukunft auch ein Schnuddeldud nennen. So cool. So, okay, ich übertrage wieder die Punkte. Ähm, Familie Speich mit 17 Punkten, die Fee mit 8 Punkten mit am Start. Dann haben wir Bahati auch mit 8 Punkten. Und wir haben Familie Bauer mit einem Punkt mit am Start. So, dann gehen wir in die nächste Abstimmung. Die nächste Abstimmung ist, warte mal, ich mach das gleich hier oben wieder weg. So, ähm, die nächste Abstimmung ist zwischen, äh, Fräulein, Fräulein Weiß, Frau White, ähm, wir haben unsere Frau, die kleine süße Breuer, ähm, wir haben Frau Rolinski und wir haben Mr. Opnep mit inklusive Willi. Ich möchte bitte, dass der Willi mit dabei ist. Ich möchte bitte, dass Willi auch am Start ist. Opnep und Willi. Das wäre schon cool, was sie sagen. Aber das hier, ich möchte bitte auch Zuckerbrot und Peitsche sehen. Die sind alle so cool. Leute, erst mal vielen, vielen Dank für eure ganzen Kandidaten, Kandidierende. So, jetzt könnt ihr wieder abstimmen. Die Abstimmung ist eröffnet. Wer sie nicht sieht, der muss einfach einmal, ähm, den Chat aktualisieren. Dann ist, äh, die Abstimmung für euch sichtbar. Die gewinnt doch nur wegen den Tieren. Was? Was? Also die Storys, vielen Dank, dass ihr so schöne Storys auch geschrieben habt und Amy, schön, dass du da. Also es ist einfach echt mega cool, muss ich sagen. Es ist, ach, ihr seid einfach die Tollsten. So, Frau White nochmal, ähm, die, die Antonia oder Toni, die Frau Breuer hier, ähm, Sophie Breuer, dann haben wir hier die Rollinski, die Kitten Rollinski, ähm, die Sekretärin. Und wir haben, Obnep mit Willi, also Bembo mit Willi gemeinsam am Start. Guck mal, wie schön der Willi guckt. Nein, das darf man eigentlich nicht sagen. Guck mal, die Zunge vom Willi. So, ihr könnt jetzt abstimmen, ich sehe schon. Ähm, oh, die Rollinski und, und Obnep, haben, das wird hier ein knappes Kauf an Kauf rennen. Wir werden dann nochmal zwischen den, ähm, Top-Leuten abstimmen, also die, die quasi nicht direkt qualifiziert werden, sondern quasi in zweiter Runde qualifiziert werden. Aber mit dabei sind definitiv hier, ähm, Fräulein Christina Schneider ist schon mal mit am Start. Ähm, und ich glaube, die Familie Speich ist mit am Start. Definitiv schon mal qualifiziert. Die zwei auf jeden Fall. Da, ähm, kann ich hier schon mal, ich mache hier schon mal ein Herzchen dran, dann erinnere ich mich da dran, dass wir die schon mal, ähm, gedingsbumselt haben. Ja, das ist, äh, schön, schön, schön hier im Ladebalken hängen geblieben. Äh, nochmal für euch zur Übersicht, äh, Fräulein Weiß, äh, hier die Familie Breuer, hier die Sekretärin Rolinski und Obnep und Willi gemeinsam. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ihr seid da schon, äh, äh, fleißig, oh, okay, okay, ich sehe schon, äh, so, dann schreiben wir mal die Punkte dazu. Wir haben Obnep definitiv qualifiziert. So, jetzt machen wir nochmal die mit den meisten Punkten gegeneinander und da müssten wir jetzt noch zwei, die Top, die obersten zwei, glaube ich, gehen dann weiter, ne? So, das ist die Rolinski, dann haben wir die, die Breuer, die hat einen Punkt und wir haben die White, äh, mit drei Punkten, sehr schön. So, das heißt, hier mit am Start, der Willi, ähm, der Hund heißt Willi, Alter, ich habe das doch geliked, du Otto Esel. Guck mal, der möchte das einfach nicht liken. Und wisst ihr, was noch schön ist? Das haben wir heute noch gar nicht angefangen, aber ich habe hier eine Kanne Schwarztee, ähm, Entschuldigung, aber ich, ich gieße mir mal ein bisschen Schwarztee ein, ähm, könnte sein, dass es gleich wieder rund geht. Eventuell. Davon hatte ich nämlich heute noch gar nichts. Oh, jetzt kommt der Bonus, der Schwarztee. So, jetzt könnt ihr nochmal absch- Jetzt könnt ihr nochmal, ähm, oh, ein Beagle Schäferhund Mix und mein erster Hund war genauso und sein Name war Willi Bald. Oh, wie süß, Memo. So, wir haben jetzt die Top-Kandidaten. Ihr könnt nochmal abstimmen. Zwischen Rolinski, Fee, Bahati und Fisch. Ähm, die Rolinski, äh, dann haben wir hier die Fee, das müsste Bahati sein und, äh, Fisch. Ach, hier, das, hier, ist das Fisch? Ne, das war Sophie Bräuer. Warte mal, wo ist die Fisch? Das ist die Fisch. Hier, das war die Fisch, die Elena Fisch. Hahaha, ich auch echt cool finde, muss ich ja sagen. So, äh, ihr könnt wieder wild abstimmen zwischen hier unten Frau Rolinski mit der Peitsche, äh, Bahati aus der Großstadt, ähm, die Ellen Fisch und, äh, die Fee. Das sind eure Kandidaten. Ich seh schon, Frau Bahati kriegt hier richtig ordentlich Punkte. Make the Schnudel not famous! Fisch for President. Fisch, ey, die Fisch, die Fisch, die Fisch, die Fisch. Aber eure Wahl, ich stimme diesmal nicht mit ab, ich hab gar nirgendwo mit abgestimmt, meine Stimme zählt nicht. Ähm, das wird hier knapp, 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 ich seh schon, jetzt könnt ihr noch abstimmen, jetzt wer den Chat, wer die Abstimmung nicht sieht, über dem Chat einmal einfach aktualisieren, dann ist die mit am Start. Oh, heiß. Mein Strohhalm, das ist der einzige Nachteil von Metallstrohhalmen, die werden heiß, wenn man heiße Getränke draus trinkt, verbringt man sich direkt die Flotzkis. So, ähm, ne, machen wir die letzten drei ruhig nochmal, Summer, können wir machen. Ähm, oder den Runner-Up. Hm, gute Frage, wir können doch einfach den Runner-Up nehmen, es ist, es ist sehr knapp, es ist sehr knapp. So, mit dabei ist auf jeden Fall Bahati, ähm, auch mit dabei, eins, zwei, drei, vier haben wir schon, ähm, jetzt ist die Frage, wollen wir noch eine Abstimmung machen zwischen, ähm, das werden nochmal Fero, Linsky und Fisch, ne, zwischen den drei nochmal eine Abstimmung machen. Sehe ich das richtig? Okay, dann machen wir jetzt zwischen den drei nochmal eine Abstimmung, zwischen Fero, Linsky und Fisch, ähm, dass die Leute von Bahati sich nochmal verteilen können. Sehe ich auch so, das ist sehr gut. Wir machen noch eine letzte Abstimmung. Ja, wer bekommt den letzten Platz? Jetzt könnt ihr abstimmen für den letzten Platz. Und Conny Pony, schön, lass du da. Hier habe ich den Eimer. Der ist heute leer, heute kein Eimer saufen. Barry, ja, oh man, wie schön, genieß es, genieß es. So, jetzt können sich die Menschen nochmal aufteilen. Alle, die die gerade für, ähm, Bahati abgestimmt haben, die können sich einmal hier, können, können nochmal abstimmen. Für Fee, Rolinsky, oder für die Frau Fisch. Das hier war, äh, die Frau Fee. Das hier ist die Elena, Frau Fisch, Ellen Fisch, und die Frau Rolinsky mit dem Schnuddeldud. Ich hoffe nicht, Schnuddeldud, Schnuddelwutz. Äh, schn, oh, ich, schnuddeldud und Schniedelwutz. Mal gucken, ob das zusammenpasst. Mal gucken, ob das das wird hier. Frau Rolinsky mit dem Schnuddeldud, mal gucken, ob die den zum Schniedelwutz kommt. Ähm, Frau Fee, Frau Ellen Fisch, oder die Frau Rolinsky. Wer von den dreien, wer von den dreien Kandidaten darf sich mit unserem Kandidat Mr. Elky treffen? Ja, ja, high five dir nur. Oh, Frau Schnuddeldud. Ja, es sieht fast so aus, als würde es Frau Schnuddeldud werden. Es ist ein Kopf-ein-Kopf-Rennen zwischen der Fee und, äh, Frau Schnuddeldud. Können wir die Frau Schnuddeldud nennen? Darf ich die umbenennen, den Frau Schnuddeldud? Hahaha. So. Mal sehen, wer hier bei Bauer sucht Traummensch landet. Für Temba natürlich auch Bauer sucht Frau, das darf man nur nicht zu laut sagen. Also ich würde sie gerne Frau Schnuddeldud nennen. Das wäre dann Kittenschnuddeldud. Das können wir ja machen, die können wir einfach umbenennen. Hahaha. Und es ist Frau Schnuddeldud. Wir haben unsere fünf Kandidierenden, nochmal zur Übersicht, unsere fünf Kandidierenden sind einmal die Frau Christina Schneider. Wir haben hier mit am Start Familie Speich, inklusive der Kinder und der Katzen. Das wird ein sehr wildes Date, glaube ich. Wir haben mit am Start unsere Lailani Bahati. Ich hoffe, sie ist bereit, das Großstadtleben hinter sich zu lassen und bei Regen den Garten zu gießen. Dann haben wir hier unsere Frau Schnuddeldud, äh, Kittenschnuddeldud mit am Start und wir haben natürlich Benbo inklusive seinem Willi. Alle, die dürfen mir einfach kein Schwarzdee geben. Das sind unsere fünf Kandidaten. Ähm, Glückwunsch an alle, die wollen sagen, juhu, ich freue mich sehr. Ähm, wir werden jetzt schauen, wie wir das jetzt hier machen. Ähm, die Regeln, ich mache sie nochmal auf. Ähm, Schwarztee wirkt instant. So, wir müssen jetzt zwei Häuser vorbereiten. Ähm, wir versuchen das, oder ich versuche das so schnell wie es geht zu machen. Ähm, genau, also, wir schauen einmal kurz noch in die Spielregeln, weil das fehlt uns ja noch. Für die unter euch, die die Locations selber bauen, sind die Cheats BB Move Objects, Testing Cheats True, BB Show Hidden Objects und BB Show Live Edit Objects erlaubt. Puh, alles andere hätte ich ja auch direkt, ähm, boykottiert. Debug ist fürs Bauen und Dekorieren ebenfalls erlaubt. Mods sind grundsätzlich erlaubt, wie MC Command oder Slice of Life, etc. Geld Cheats sind nicht erlaubt, ich habe Angst. Das Cheaten von Fähigkeiten ist ebenfalls verboten. Das Einlösen von Punkten bei erfüllten Bestreben ist erlaubt, so könnt ihr eurem Sim auch etwas leveln, ohne Cheats zu verwenden. Euer Sim muss mit seinem Ho von Null anfangen. Das bedeutet, ihr startet mit 20.000 Simoleons und baut euch von eurem Ho und baut euch davon euren Hof. Der Hof darf nicht vernachlässigt werden. Ich habe Angst. Mit 20.000 einen Hof zu bauen, das ist mein Ende. Ihr wisst es. Die täglichen Aufgaben, welche ein Bauer, Bäuerin auf dem Hof hat, müssen erledigt werden. Ihr sollt, soweit es möglich ist, als Selbstversorger euren Sim ernähren. Das heißt, fleißig Tiere versorgen, Gemüse und Obst anbauen. Euer Sim darf mehr romantische Beziehungen zu seinen Kandidaten, Kandidatin haben, soll sich jedoch am Ende für nur eine entscheiden. Nachkommen dürfen euch nicht weggenommen werden. Ihr wollt ja bestimmt, dass jemand euren Hof übernimmt. Wer angefangen hat, meine 100 Baby Challenge zu gucken, der wird sehen, dass ich wenig Erfolg habe in der 100 Baby Challenge und dass ich ein Talent dafür habe, dass mir Kinder weggenommen werden. Ähm, 100 Baby Challenge könnt ihr auf YouTube anschauen, wenn ihr Bock habt. Ähm, oh, Nachkommen müssen bis zu ihrem Geburtstag in der Schule die Note 1 erreicht haben. Ähm, okay. Sims dürfen nicht sterben, außer an Altersschwäche bei Senioren. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Mein Talent, dass Sims irgendwie vom Blitz erschlagen werden oder so oder im Pool ertrinken ist so hoch. Ähm, ich habe Angst. Es tut mir leid, alle Kandidaten, es tut mir jetzt schon leid, dass es eventuell ein frühes Ende mit euch nimmt. Ähm, Simoleons dürfen nur mit Landwirtschaft, ah, äh, Simoleons dürfen nur mit landwirtschaftlicher Bewirtung verdient werden. Verkauf von Wolle, Gemüse, Obst, Milch, Strickereien, Blumensträuße, etc. Euer Bauer darf sich auch gerne einen Hofladen kaufen, insofern er sich es leisten kann und ihr das ab an die Arbeitpack besitzt. Ihr dürft die Lebenszeit eurer Sims für die Challenge auch auf lange stellen, damit ihr euch genügend Zeit habt, alle Ziele der Challenge zu erreichen. Ich denke, das werden wir machen. Ähm, ansonsten wird es schwierig. So, ich wünsche euch viel Spaß bei der Challenge. Ui, ui, ui. Ähm, also, Runde 1, eure ersten Kennenlernphase ist auf fünf Tage beschränkt. Also habt ihr pro Frau Mann einen Tag zum Kennenlernen und Beziehung aufbauen. Sehr gut. Das Kennenlernen der Dameherrin findet nicht auf dem Bauernhof statt, sondern auf dem zweiten externen Grundstück außerhalb des Hofes. Am Ende der fünf Tage entscheidet sich der Bauer, die Bäuerin, für die zwei Kandidatinnen, Kandidaten, mit denen er sie am meisten gemeinsamen Beziehungen gewonnen hat. Hm. So, das werden wir jetzt machen. Hallöchen, Pjumpi. Schön, dass du da hast. Zum Glück gibt es ja mehrere Kandidaten, sodass auch die Reservebank nicht zurückkommen kann. Das stimmt, Gluti. Das würde ich tatsächlich machen. Ähm, also, äh, ja, gute Frage. Gilt das mit den Noten auch für die Speichkinder? Gute Frage. Hm. Also, hm, das ist, müssen wir uns überlegen. Das stimmt. Mit der Reservebank, ich würde tatsächlich sehr gerne alle von den Sims in der, in der, äh, in unserer Welt spawnen. Ähm, damit die da vielleicht, man weiß ja nicht, was die noch für einen Einfluss haben. Kann ja sein, dass die mal spontan vorbeikommen. Also, ich würde die gerne alle integrieren und alle in die Welt packen. Ach, Henriette, viel Spaß beim Eisessen. Ich hoffe, bei euch läuft das mit dem Eisessen besser als bei uns. Hm. Hm. Ich schaffe das alle umzubringen, außer bei Black Widow Challenge. Text hier, das ist absolut korrekt. Das ist absolut wahr. Also, ne, mir stirbt alles unter, unter der Hand weg, außer wir spielen Schwarze Witwe und in der Schwarze Witwe ist es, äh, der Horror. Safira, hey, und danke schön für deinen Lörg. Oh, Manu, die arme Safira. Ähm, oh, Manu, ja. Safira, ich hoffe, das ist, ne, habe ich dir schon auf Instagram geschrieben. Die arme, ja, die arme Safira. Die wurde gefollowbottet, die arme Safira. Alter. Okay, also, es war nicht schlimm. Ja, ich glaube, du hast es ja ganz gut gemanagt. Okay, ähm, Spielladen. Wir gehen in unser Bauersuchtfrau, äh, in unser Bauersuchtfrau-Ding. Ähm, genau, also ich würde tatsächlich, wir haben ja hier, hier wohnen ja lauter andere, ne, das hier ist frei. Okay, und das da ist frei. Perfekt. Das wären dann die zwei Grundstücke, wo wir unser, das da oben, unser Kennenlernbauernhof bauen. Unser Kennenlerngrundstück. Äh, sehr gerne, sehr, 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 sehr gerne. Ähm, genau, unser Kennenlerngrundstück, sehr gut. Okay, es gibt zwei Grundstücke, wir müssen niemanden verbannen. Wir müssen niemanden verbannen. Wir müssen niemanden verbannen. Bis gleich. We completely can statesen, äh, Dann schlubb ... dann starten wir, ... Dann ...